Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstagabend. Genauer gesagt am 8. März 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1174 mit einer Sonderfolge. Und zwar hat heute Abend Apple ein paar neue Dinge vorgestellt, über die es sich lohnt zu sprechen. Was haben wir da gesehen? Als erstes die Apple TV Plus. Damit hat es begonnen. Apple hat gezeigt, was sie für tolle Serien haben, was da noch für Tolles kommen wird oder kommen mag. Vieles davon, wenn ich das meiste, habe ich gesehen. Dann gab es auch einige Hinweise auf Nominationen etc. Und eine Ankündigung, dass es bald Friday Night Baseball geben wird. Ein Ding, was hier in Europa wahrscheinlich nicht ganz so fleissig geschaut wird wie in Amerika. Aber da drüben ist ein Riesending und die Amerikaner wird es sicherlich freuen. Und vorhin habe ich was in der Leitung raschen gehört. Ich habe heute Besuch. Einen wunderschönen guten Morgen, Mike. Ja, hallo Martin. Ich habe mich da heute mal selbst eingeladen in diese Daily-Folge. Ja. Genau. Ich habe natürlich auch das Event geschaut und war begeistert. Und ja, wie erwartet, wurde das iPhone 13 und das 13 Pro in einer neuen Farbe präsentiert. In Grün. Alpine Grün. Schön. Alpine Grün, ja. Also, ja, das ist ja auch nichts Neues, dass man mal neue Farben von einem nicht ganz oder von dem aktuellen iPhone kommt. Und ist jetzt auch am Freitag vorbestellbar und auch schon nächste Woche Freitag am 18.3. im Handel zu bekommen. Hätte ich noch keins, würde ich es bestellen. Schaut extrem cool aus. Ich weiß ja nicht, ich habe das bestimmt schon gesagt, aber Farben für ein iPhone ist für mich halt sinnlos, wenn da eine Hülle drum kommt. Was hat Apple noch vorgestellt? Ja, darauf haben wir auch lange gewartet. Wir haben da auch schon mal hinter den Kulissen darüber gesprochen, das iPhone SE. Es wurde auch nicht irgendwie iPhone SE 3 genannt, sondern nur iPhone SE. Ist jetzt wie erwartet mit 5G oder erhofft auch mit 5G gekommen. Mit dem A15-Chip, 12-Megapixel-Kamera und ja, auch in verschiedenen Farben. Korrigiere mich, wenn ich da richtig falsch liege. Drei an der Zahl, genau. Und Ende der Woche auch schon vorbestellbar. Ja, und nächste Woche am 18.3. im Verkauf soll starten bei 429 US-Dollar. Genau, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind die Schweizer respektive die deutschen Preise noch nicht draussen. Die deutschsprachigen Pressemitteilungen sind auch noch nicht da. Alles andere, wie immer, werden wir dann in der Geek Talk News, da wo ja du normalerweise dabei bist, Mike und der Achim. Da besprechen wir dann das ausführlich. Jetzt fassen wir wirklich einfach schön zusammen, was wir heute Abend aufgeschnappt haben, während des Zuguckens der Keynote. Gut, als nächstes wäre dann das iPad Air rausgefallen. Da freue ich mich schon auf unser Gespräch Ende der Woche über das Gerät. Es ist 60% schneller. Es hat eine Center Stage Kamera, also die, die man von den Pro-iPads her kennt. Wenn man sich bewegt, verfolgt die Kamera ein mit. Unglaublich genial, unglaublich praktisch. Meine Tochter liebt es auch an ihrem Schul-iPad. Auch an dem ist das ja Einzug reingekommen. Auch das hat 5G, wenn man sich dann für die mobile Version entscheidet. Prozessor. Der M1 ist drin. Es hat ein doppelt so schnelles USB-C und so weiter und so fort. Alles ist mit drin, was man halt so möchte. Und man kann auch mehr dran machen. Das Keyboardfolio ist dazu gekommen. Und der Stift Apple Pencil 2 ist jetzt auch damit kompatibel. Auch das, ab Freitag vorbestellbar, beginnt bei 599 US-Dollar und wird ab dem 18.03. ausgeliefert. Und designmässig schaut es halt auch aus wie ein Pro irgendwie. Genau. Aber da muss ich dich kurz noch korrigieren, bevor die Zuhörer uns da per Twitter anschreiben. Den Apple Pencil 2 konnten wir auch schon bei dem iPad Air 4, also der vierten Generation, auch schon nutzen. Was ich da auch schon sehr als Vorteil empfand. Das habe ich nicht ganz mitbekommen, weil das iPad mich selten interessiert hat, weil ich da auf der Pro-Schiene unterwegs bin. Ansonsten eben mit dem Schul-iPad der Tochter. Und da ist das einer. Genau, stimmt. Danke für die Korrektur. Und dann, was kam? Ich habe es im Vorgespräch gesagt, Apple übertreibt nur noch. Aber sie können es halt auch. Schade für die Mitbewerber. Ja, genau. Also Intel, ich glaube, die machen jetzt den Laden dicht. Apple hatte uns jetzt einen Silicon M1 Ultra. Ein Ultra. Ultra. Also wir haben ja mit vielen Sachen gerechnet. M2 war schon im Gespräch. Aber ich habe also nichts in den Gerüchten gehört davon, dass nochmal der Max gesteigert wird. Aber ja, Apple kann es halt. Und somit hatten wir jetzt einen vierten Prozessor, sage ich mal. Neben dem M1, M1 Pro, M1 Max haben wir jetzt auch den M1 Ultra. Dein gewählter Max, den du hast, schaut jetzt einfach alt aus. Der Ultra ist doppelt so groß und reißt alles um. Ganz geil. Also ich wurde gerade schon angeschrieben hier, so nach dem Motto, und verkaufst du jetzt dein MacBook Pro mit dem Max? Ja, es ist halt doof, wenn man dann auf einmal das Gefühl hat, man hat wieder was Altes. Aber nie. Also der M1 Max, der ist auch in drei Jahren noch rasant, Mike. Da hast du nichts Altes. Und alt ist er ja auch nicht. Er wird ja auch noch weiterhin verkauft, beziehungsweise auch in den neuen Produkten reingebracht. Aber jetzt erstmal zum M1 Ultra, also 64-Core-CPU, dann bis zu 128 GB Unified Memory. Entschuldigung, 64-Core-GPU und 20-Core-CPU. Und soll 8-mal schneller sein als der M1. Einfach klotzen, klotzen, klotzen. Wie geil ist das denn? Ja, mehr geht immer anscheinend bei Apple. Ja, und das scheint sich wirklich durchzuziehen. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten 1-2 Jahren, ob sich das jetzt dann langsam mal einpendelt, oder ob wir da denn, keine Ahnung, was die Steigerung von Ultra ist, aber ja, das kann ja nur noch. Ultra Max vielleicht oder so. Wer weiss, wer weiss. Genau. Und passend dazu braucht es natürlich auch Hardware und solche potenten Prozesse, kriegt man natürlich in den Mac Mini im normalen Gehäuse nicht rein. Deshalb hat Apple jetzt den Mac Studio rausgebracht, oder bringt ihn raus, besser gesagt. Ja, was kann das Teil? Das ist einfach riesig. Also, nee, riesig ist es nicht. Wie viel mal? Doppelt so hoch? Ja, ich bin nicht gerade genau. Das ist doppelt so hoch wie der Mac Mini. Genau. Können wir da hinauen, oder? Ja, so circa oder zweieinhalb. Einfach, es ist höher. Die Breite und die Tiefe ist gleich. Einfach in der Höhe ist sie nach oben gegangen. Das für die bessere Luftzirkulation und so weiter und so fort. Und natürlich auch für mehr Anschlüsse. Wenn man von hinten anschaut, viermal Thunderbolt. Wenn man dann die grosse Version wählt vom CPU. 10 Gigabit Ethernet, HDMI, zweimal USB 3. Und Audio, also Audio-Check, Wi-Fi 6 als nicht einsteckbare, kabelgebundene Lösung. Und vorne, ganz wichtig, das Beste an dem Teil ist natürlich vorne zweimal USB-C-Schnittstelle. Wenn man den Ultra-Prozessor wählt, zweimal Thunderbolt 4. Und man höre und staune. Vorne. Man höre und staune. Vorne. Ich wiederhole mich nochmals. Vorne. Einen SD-Kartenschacht. Apple, wo muss ich das Geld hinwerfen? Hätte ich es dann. Also, ja. Das muss sein, da musst du aber lange sammeln, glaube ich. Das geht noch ein bisschen. Kann ab Freitag vorbestellt werden. Ab nächster Woche auslieferfertig. So schnell bekomme ich dann das Geld doch nicht zusammen, liebes Apple. Tut mir leid. Aber ich hätte es dennoch gerne. Ja, definitiv. Wenn ich so die Specs so alle so sehe. Es kommt mir so bekannt vor, was so in den Gerüchten. Und dann nicht in den Gerüchten, sondern in den Wünschen. Wenn der einzelnen Mac Mini Nutzer so vorkam. Das erfüllt einiges. Also du meinst den SD-Kartenschicht auf der Vorderseite? Zum Beispiel. Oder auch, dass Anschlüsse vorne sind. Oder den SD-Kartenschicht auf der Vorderseite? Oder den SD-Kartenschacht auf der Vorderseite, ja. Ach, du meinst den SD-Kartenschicht auf der Vorderseite. Gut, also. Aber es war ja nicht nur ein Computer mit einem SD-Kartenschacht auf der Vorderseite, sondern auch noch ein Display. Rekapituliere doch mal ganz kurz. Ja, da wurde ich, ich wollte gerade sagen, ein bisschen enttäuscht. Und zwar zum Schluss, als der Preis dann kam. Viel zu günstig? Schön wär's. Aber ich bin ja sowieso so ein Sparsamer bei Displays. Okay, aber erstmal zum Display selbst. Das sind 27 Zoll Display. Natürlich mit schmalen Rändern. Neigungs- und Höhenverstellbar. Was ich auch sehr praktisch finde. Man kann ihn sogar horizontal und vertikal drehen. Je nach Nutzen und Wünschen. Und mit Weser, genau. Ja, und True Tone, eine Anti-Flex-Beschichtung, Nanotextur, Glas, sogar mit integriertem Chip, mit dem A13 Bionic, eine 12-Megapixel-Ultra-Kamera, natürlich Center Stage, kommt jetzt irgendwie in allen Geräten rein. Zu Recht, zu Recht. Ja, Homeoffice lässt grüßen. Also das, ich weiß nicht, ob das schon immer so geplant war, aber passt natürlich jetzt für Homeoffice ganz gut. Mikrofone in Studio-Qualität, sechs Lautsprecher, Multi-Core Surround, 3D-Audio, also alles, was auch die neuen MacBook Pros haben an Audio. Also ich denke mal, da kommt genauso der geniale Sound raus, wie bei den MacBooks, was wir jetzt auch haben. Das ist ganz einfach. Ich muss Lotto spielen gehen oder hier in der Daily Werbung verkaufen, weil ich will beides. So zum Podcast schneiden, Video schneiden, eine ganz übertrieben geniale Geschichte. Du willst Lotto spielen, aber dann kannst du ja auch gleich drei Stück leisten, weil drei Stück kann man wohl nebeneinander betreiben. Apropos leisten, hast du noch was, weil sonst, ich hätte jetzt gerade eben die Schweizer und die Euro-Preise erhalten. Ich könnte sonst kurz durchgehen, wenn du nichts mehr hast. Ich hoffe, dass es günstiger ist, als das, was wir in US-Dollar da stehen haben. Also, dann gehen wir doch ganz kurz durch und dann würde ich sagen, ist das auch schon gut für diese aktuelle Episode. Beim iPhone, da bleiben sich die Preise natürlich gleich, ist nur eine neue Farbe. Beim SE, spannend, die Schweizer Preise. Ich spreche, denn ich nehme jeweils das kleinste Modell. Ist das in Ordnung? 64 GB Modell, 479 Schweizer Franken, in Euro 519. Boah, echt jetzt? Ja, schöner Preis. Man muss halt nicht mit Spielgeld bezahlen. Euro ist ja am Abstürzen ohne Ende. Waren nicht die ersten SEs? Irgendwie 300 irgendwas? Ich weiss es nicht mehr, aber komm sie in die Schweiz kaufen, wenn du es brauchst. Ist deutlich günstiger. Weiter geht es mit den iPad Airs. Da in der Wi-Fi Edition, auch das kleinste Modell, 649 Schweizer Franken, in Euronen sind es 679. Wenn du die Cellular-Version willst, geht es bei 819 in Schweizer Franken los oder 849 in Euronen. Beim Mac Studio sind es mit 10, ja, dann nehmen wir jetzt auch das kleinste Modell, 10 CPU, ab 2199 Schweizer Franken, in Euronen sind es 2299, wo das losgeht. Und das oberste Modell ist dann bei 4,599 bei Euro und 4,399 in Schweizer Franken. Das Display, dann haben wir es für die heutige Episode, 1699, richtig günstig, und in Euronen 1749. Also da spinnt jeder, der sich das in Euro klickt. Ja, vor allen Dingen 27 Zoll muss man, das ist... Das genügt, Mike, das genügt. Das genügt. Das genügt. Also wenn du es in 1831, also wirklich das Display, der Unterschied zum Schweizer Frankenpreis sind 132 Franken Unterschied. Also ist jeder Blöd, der in Deutschland das aus dem Store holt und nicht in die Schweiz kommt für einen kurzen Besuch. Ja, ich habe es verstanden. Wenn man logischerweise nicht zu nah wohnt. Also Mike, ich danke dir vielmals für den Besuch. Eins möchte ich aber kurz nochmal erwähnen und da möchte ich auch gerne dann in der News-Folge mit dir drüber sprechen. Zum Schluss habe ich da nochmal so einen Spruch gehört, dass später über den Mac Pro gesprochen wird. Nochmals? Was wird? Wo? Dass später nochmal Mac Pro ein Thema sein wird. Ja. Also können wir da nochmal gespannt sein, was da wirklich noch kommt, weil... Also du meinst dann eben, wie ich vorhin einleitend gesagt habe und lass uns da wirklich in der News-Folge drauf eingehen, Apple übertreibt es nur noch, aber im Pro, da kommt was auf uns zu. Da sträumen sich hier alle Haare, die ich im Körper habe wahrscheinlich. Na dann, auf dass sie stehen. Mike, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Und euch, liebe Geek-Tock-Daily-Hörer, einen schönen und erfolgreichen Abend haben wir mittlerweile schon. Tschüss. Tschüss. Hört mehr Geek-Tock.